So, willkommen zurück. Heute wollen wir ganz kurz die IDE einrichten, damit endlich dieses komische mit diesen Fenstern nicht mehr so störend ist. Also wie gesagt, ich mag das gar nicht, dass mich hier so ein Fenster aufploppt, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel ausführe, einfach auf diesen grünen Button klicke, dann kommt das Ding da, das kann ich nicht brauchen. Dazu geht es eigentlich, es geht eigentlich relativ schnell, wenn man weiß, was man tut. Und zwar können wir hier einfach auf Restore klicken, dann haben wir das hier unten. Das heißt, wir haben hier die Konsole und das ist einfach dauerhaft da. Und wir haben somit auch Optionen wie zum Beispiel hier diesen Stopp-Knopf. Das heißt, wenn irgendeine Anwendung sehr, sehr lange läuft, können wir einfach auf den roten Stopp-Knopf drücken und dann ist die Anwendung weg. Wir finden außerdem hier drüben Problems, das heißt, wenn ich irgendwie jetzt einen Fehler reinmache, zum Beispiel, wenn ich das... Was könnte ich noch machen? Ich mache einfach mal hier die Klammer raus. So, wenn ich jetzt hier auf Play klicke, oh ja, speichern natürlich noch, das funktioniert leider trotzdem. Oh, das wird mir nicht in dem Problem angezeigt. Okay, das ist problematisch, dass es mir nicht in dem Problem angezeigt wird. Okay, aber wenn wir irgendwelche Bugs hier drin hätten, sodass unsere Anwendung nicht mehr funktionieren würde, dann könnte man hier halt die Probleme finden. Im Fall von Kotlin, vor allem das Semikolon könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Es ist quasi eure Entscheidung, das ist das Schöne daran. Für die Leute, die aus Java kommen, für die ist es wahrscheinlich einfacher, wenn ihr hier das Semikolon einfach weiterhin setzt. Aber ihr könnt es auch einfach weglassen. Ähm, das, das funktioniert wunderbar. Und ihr habt gerade gesehen, ich kann sogar diese eröffnete, geschweifte Klammer weglassen und es funktioniert einfach trotzdem. Ähm, ein bisschen seltsam. So, ich ziehe das hier mal ein bisschen kleiner, denn man möchte hier vielleicht nicht alles extrem groß sehen. Also gerade so, äh, dieses Hello World und auch hier der Outline. Der Outline ist sehr interessant. Ich versuche da mal ranzusuchen, damit ihr... Nein, geht leider nicht. Okay, ähm, der Outline gibt euch an, was ihr für Funktionen alles habt. Das heißt, ihr habt hier quasi eine Übersicht, was ihr schon alles geschrieben habt und könnt da relativ schnell hinspringen, indem ihr einfach hier sagt, hey, ich möchte hier einfach rein und dann klickt ihr einfach drauf und dann seid ihr da. Also ich mache hier nochmal irgendwas anderes. Hier rein und dann, wenn ihr hier draufklickt, seid ihr wieder direkt bei dieser Fun-Main. Ähm, das ist auch ganz angenehm. Das heißt, damit könnt ihr relativ schnell hinspringen. So, ich mache das aber trotzdem mal ein bisschen kleiner, denn das, was wir eigentlich haben wollen, ist ja der Editor hier. Den, äh, sollte man groß haben. Wenn ihr mehr als ein Fenster habt, dann könnt ihr sowas auch rausziehen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich hätte ganz gerne meinen Outline wo komplett anders. Also zum Beispiel hier, wenn ich das... Das könnt ihr jetzt... Doch, ihr könnt es sehen. Ähm, ich habe das hier jetzt zum Beispiel in meinem zweiten oder in einem zweiten Fenster. Ich kann dieses Fenster wo hinschieben, wo ihr es nicht sehen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr mit zwei Bildschirmen, ähm, rumarbeitet, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Das heißt, ich kann das quasi einfach woanders hinpacken. Genauso wie die Konsole. Ich kann alles auslagern auf separate Bildschirme. Ich kann am besten fünf Bildschirme haben, ähm, die alle voll sind mit meinem Eclipse. Ähm, aber in meinem Fall ist das natürlich eher kontraproduktiv, weil ich natürlich für euch alles auf einem Video festhalten sollte. Das heißt, ich packe den Outline auch mal hier an die Seite. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Also ist eure Geschmackssache. Ähm, so. Und was wir auch noch brauchen, oder was ich ganz gerne habe, ist der Package Explorer. Ähm, dazu klicken wir auch mal. Er war so bei euch. Ihr klickt hier oben auf dieses Restore Item. Dann findet ihr den Package Explorer hier an der Seite. Das heißt, ihr könnt den hier auch ein bisschen kleiner machen. Und dann findet ihr hier schon direkt das, was ihr braucht. Also alle Dateien, die ihr quasi habt. Wenn ihr mehrere Dateien später habt, dann könnt ihr hier trotzdem alle finden. Also in unserem Fall die Main.kt ist jetzt hier die da. Ähm, und wenn ihr mehrere Dateien habt, überhaupt kein Problem. Ihr könnt hier direkt auf die ganzen Dateien rumspringen. So. Und genau so können wir das Ganze jetzt stehen lassen. Ähm, und so können wir auch wirklich damit arbeiten. Ein paar Worte noch kurz zum Ausführen von dieser Datei. Ihr habt hier oben diese Runtime-Konfigurationen, beziehungsweise hier unter Run, ähm, findet ihr Run as, Run Configurations und Run History. Ähm, und natürlich auch Debug. Ähm, Debug, da kommen wir später dazu. Zum Run. Also ihr könnt eigentlich auch einfach hier auf diesen grünen Pfeil drücken. Ähm, und hier sehen wir gerade, da waren gerade ein paar Probleme. Tatsächlich, aber die sind schon wieder verschwunden. Und es wird mir Hello World ausgegeben. Das heißt, es funktioniert. Ähm, wenn ich hier jetzt einfach auf diesen Pfeil nach unten drücke, auf den hier neben dran, dann kann ich hier sagen, okay, ich kann diese Config Main.kt starten. Das geht auch. Oder ich kann auch dieses Run as, aber da funktioniert das dann halt nicht. Da, da finde ich quasi nichts. Ähm, und das kann ich in meinen Run Configurations einstellen, wenn ich das möchte. Aber das ist relativ komplex und das brauchen wir eigentlich auch aktuell nicht. Ähm, deswegen hier der Pfeil ist eigentlich das, was ihr haben wollt. Also das heißt eigentlich nur da draufklicken und schon läuft die Applikation. Ja, ähm, ich weiß, wir haben viel vor uns und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Das war jetzt wie gesagt nur ganz kurz, damit wir alle auf einem Nenner sind, damit ihr wisst, was ich mit meinen Fenstern gemacht habe. Ihr könnt die natürlich auch von der Reihenfolge verziehen. Also wenn ihr zum Beispiel euren Outline hier neben dem, mach's weg, neben dem Package Explorer haben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Platz hier und könnt quasi sagen, ich hab hier meinen Outline und ich hab hier meinen Package Explorer. Und dann sieht man das hier quasi ein bisschen besser. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Konsole da noch neben dran ziehen oder den Package Explorer hier runterziehen. Oder, oder, oder. Es bleibt euch quasi komplett frei, wie ihr das macht. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, wenn ihr ganz fernsich seid, den Outline hier neben dran ziehen. Äh, das ist allerdings ein bisschen sinnfrei, denn da sieht man dann nicht, was das, was das passiert. Also für den Outline müsst ihr eine Editor-Datei offen haben, um irgendwas damit zu machen. Ähm, das Problem ist dann, wenn ihr den Outline aufmacht, dann seht ihr den nicht mehr. Also das bringt nicht wirklich was. Ich würd's vielleicht hier neben dran stehen lassen oder auf der rechten Seite, je nachdem, wie häufig ihr den Outline braucht. Ich brauch ihn eigentlich aktuell nicht so arg oft, ähm, weil ich natürlich euch das meiste erklären muss. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ähm, zweites Video, wie gesagt, auch mehr oder weniger eine Einführung. Nächstes Mal fangen wir richtig an mit Programmieren. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.